Wir haben da tote Tiere gesehen, wir haben da Tiere mitgenommen, die nicht mal an die Nippel trinken kamen, weil sie gebrochene Beine hatten. Der Skandal an der Sache ist ja eigentlich auch, dass solche Aufnahmen nur über TierschützerInnen überhaupt in die Medien kommen. Letztendlich kannst du in jedem Stall Horroraufnahmen machen, die kannst du auch bei uns im Stall machen, unsere Buchten beispielsweise. Darf ich bitte ausreden? Ich habe das Gefühl, wir haben vergessen, was töten bedeutet. Was denkt ihr? Ist die Wurst die Zigarette der Zukunft? Im Schnitt essen wir in Deutschland immerhin noch 60 Kilo Fleisch pro Jahr. Der Trend geht aber trotzdem immer mehr in Richtung vegetarisch. Und das ist ja auch irgendwie kein Wunder, oder? Klimakiller, schlechte Arbeitsbedingungen, Massentierhaltung. Der Ruf des Fleisches ist eigentlich kaum noch zu retten. Sind VeganerInnen und VegetarierInnen schlicht die besseren Menschen und FleischesserInnen einfach willensschwach? Genau darüber wollen wir heute sprechen, hier bei 13 Fragen. Ich möchte beide Lager bestenfalls zum Kompromiss führen. Aber die erste Frage geht erstmal an euch. Was meint ihr? Darf man noch Fleisch essen? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann eröffne ich mit der ersten Runde das erstmal eine schnelle Runde ohne Worte. Zweite Frage von 13 Fragen an euch. Wer von euch isst Fleisch? Wenn ihr sagt, ja, ich esse Fleisch, dann geht ihr bitte aufs gelbe Feld. Wenn ihr sagt, nein, ich esse kein Fleisch, dann geht ihr bitte aufs grüne Feld. Ich esse gerne Fleisch, ab und zu jedenfalls, weil ich denke, dass es zu einer gesunden Ernährung mit dazu gehört. Ich esse kein Fleisch, weil ich es ethisch nicht vertretbar finde, tote Tiere zu essen. Ist es in Deutschland möglich, guten Gewissens Fleisch zu essen? Was sagt ihr? Ja oder nein? Ob etwas moralisch vertretbar ist, wer entscheidet das denn? Also ich habe meinen Weg gefunden. Ich esse das Fleisch, was ich selbst erlege und habe damit ein reines Gewissen und freue mich über das, was ich bei mir auf dem Teller habe. Fleisch essen muss heutzutage eigentlich niemand mehr. Wir leben in so einer privilegierten Gesellschaft und Situation. Es geht darum, dass wir im Hier und Jetzt sofort damit aufhören können. Vierte Frage von 13 Fragen. Ist es moralisch vertretbar, Tiere für den persönlichen Genuss zu töten? Also ich denke, der Mensch hat sich schon immer irgendwo auch von Fleisch ändern, natürlich nicht nur. Und ich denke, da wird sich auch nicht großartig was dann ändern. Ich meine, wir sind so gesehen alles Fresser und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich mochte den Geschmack von tierischen Produkten früher sehr, sehr gerne und dachte, ein Leben ohne tierische Produkte wäre gar nicht lebenswert. Aber bei einem gewissen Punkt musste ich mir die Frage stellen, ist denn dieser kurze Moment des Genusses wirklich eine Rechtfertigung für das Leid, das meine frühere Lebensweise verursacht hat? Und die Antwort für mich war nein und das war der Moment, als ich aufgehört habe, tierische Produkte zu essen. Okay, zweite Runde. Es gibt übrigens vier Runden, also es wird noch spannend. Die nächste Frage geht an euch. Ob Schlachtfabrik, Biohof, Weideschlachtung, am Ende muss ein Tier sterben, damit wir es essen können und das in einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir uns auch ohne Fleisch gesund ernähren können. Was meint ihr, sollten wir Schlachthöfe abschaffen? Wenn ja, dann könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zukommen, wenn nicht, dann bleibt ihr einfach stehen. Gänzlich abschaffen nicht, weil ich glaube, die Zukunft beinhaltet auch, dass Fleisch mit zu unserer Ernährung gehören. Aber in der Größenordnung ja. Johanna, was sagst du dazu? Also ich finde es tatsächlich auch ein schwieriges Thema. Ich bin auch sehr dafür, dass man das Ganze regionaler gestaltet und wieder mehr kleine Schlachthöfe schafft, aber sie nicht komplett abschafft. Also auf Schlachthöfe könnte ich persönlich verzichten. Ich finde aber, die Frage ist zu allgemein formuliert, weil sowas wie Wiesenschlachtungen, finde ich zum Beispiel, also befürworte ich zum Beispiel in Bezug auf die Tötung eines Tieres sehr. Aber das ist halt ganz, überhaupt nicht zu vergleichen, sage ich mal, mit einem Schlachthof, wo am Tag 22.000 Schweine geschlachtet werden. Okay, dann bleibt erstmal stehen. Wir gucken erstmal, wie es bei euch aussieht. Der Trend geht ja immer mehr in Richtung fleischlose Ernährung. Also selbst große FleischherstellerInnen setzen mittlerweile auf vegane und auf vegetarische Alternativen und trotzdem fordern VeganerInnen immer weiter, dass wir gar keins mehr essen. Wieso reicht das nicht, wenn wir einfach weniger Fleisch essen? Wenn ihr mir zustimmt, dann kommt gern ein Schritt auf mich zu und wenn nicht, dann bleibt einfach stehen. Also natürlich wäre es weniger schlecht, aber das macht es nicht unbedingt gut. Von daher, keine Ahnung. Also letztlich sehe ich es genauso wie Nico, jeder kleine Schritt ist ein guter Schritt in die richtige Richtung, in Richtung mehr Bewusstsein für das Thema. Aber am Ende des Tages rechtfertigen wir immer noch das Töten eines Lebewesens und das wünschen wir, glaube ich, uns alle nicht. Es gibt ja auch diesen Begriff Flexitarier, also Leute, die eher selten Fleisch essen. Ja, das Problem ist ja, was das mit einem macht, ist oft, dass man schnell ein gutes Gewissen sich einredet. Wenn man sagt, ich mache das ja nur ganz wenig oder ich kaufe nur Bio oder man hat da immer so seine Ausreden. Aber wir normalisieren das Töten von Lebewesen, die wie unsere Hunde zu Hause, wie Katzen zu Hause einfach den Wunsch haben zu leben. Und wie du ja schon am Anfang gesagt hast, wir sind nicht darauf angewiesen. Also wenn wir eine gewaltfreie Option haben, warum sollten wir uns feine Gewalt voll entscheiden? Aber wir würden ja auch nicht nur einmal in der Woche einen Hund schlagen. Du sagst jetzt gutes Gewissen, bedeutet das, wer Fleisch isst, sollte ein schlechtes Gewissen haben? Also wir haben oft kein schlechtes Gewissen, weil wir uns in einer Gesellschaft leben, die das total normalisiert hat. Also ich habe auch 26 Jahre meines Lebens jeden Tag massivst viel Fleisch gegessen und ich habe es sehr gefeiert. Und ich glaube, wenn das Bewusstsein erst mal da ist, das Bewusstsein muss ja erst mal geschaffen werden, also diese Verbindung wiederherzustellen von diesem Produkt, was im Regal ist, was in Plastik verpackt ist, zu dem, was hinter den Kulissen passiert, müssen wir erst mal wiederherstellen. Deswegen nein, ich finde nicht, dass man per se ein schlechtes Gewissen haben muss, aber man sollte sich, also jeder, der Fleisch konsumiert, sollte einmal hinter die Kulissen schauen, was da passiert und wie das Essen hergestellt wird. Es gibt ja sehr häufig innerhalb dieser Diskussion den Vorwurf in, ich sage mal, eure Richtung, in die Richtung der VeganerInnen, in die Richtung der VegetarierInnen, dass ihr missionieren würdet. Jetzt würde mich mal an eure Seite interessieren, fühlt ihr euch jetzt so, als würden da die guten Menschen stehen und ihr seid die Schlechten und die bevormunden euch? Was sagst du, Johanna? Also ich sehe es gar nicht so, ich finde es völlig in Ordnung. Ich denke, jeder sollte auch selber wählen dürfen, was er denn essen möchte und was nicht. Was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn es irgendwo ja eine Religion wird quasi und jetzt jeder unbedingt sich vegan ernähren muss, man es Leuten aufziehen will. Religion per se kann es ja nicht sein, weil Religion ist ja der Glaube an etwas Überirdisches, was man nicht wirklich verifizieren kann, aber das Leid von Tieren ist etwas sehr Greifbares und Missionieren eben hat diesen religiös konnotierten Begriff. Letztendlich versuchen vegan lebende Menschen nur das Leid, was sie sehen, halt sichtbar zu machen. Also ich meine auch nicht, dass ihr es als Religion anseht, aber manchen hat man halt das Gefühl. Das wollte ich damit nur ausdrücken. Es geht uns ja gar nicht darum, irgendjemandem was aufzuzwingen, können wir ja gar nicht. Wir können niemanden zu etwas zwingen. Was wir aber tun, ist, wir zwingen den Tieren ihr Tod auf. Also wir zwingen sie, sie haben gar keine Wahl, sie haben keine Stimme, sie haben keine Möglichkeit, sich zu äußern. Ich bin Narkosearzt, also selbst wenn ich einem Tier eine Narkose verpassen würde und das Tier würde nichts mitbekommen, ich würde meinem Hund zum Beispiel auch keine Narkose verpassen, ihm die Kehle aufschlitzen und sagen, ist ja egal, er hat nichts mitbekommen. Es ist ja unmoralisch, das zu tun, wenn man es nicht muss. Das ist Ansichtssache. Also die Diskussion finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil es letztendlich eine ähnliche Diskussion ist, wie ist blau oder rot, der ist schöner. Ich weiß, ethisch, moralisch was anderes, aber ich denke, da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, uns jetzt zu einigen, ob es okay ist, Tiere zu töten oder nicht. Aber würdest du sagen, Schweine empfinden Schmerz? Natürlich. Haben Schweine den Wunsch zu leben? Mit Sicherheit. Warum sollen wir es ihnen nehmen? Weil wir schon immer uns auch von Fleisch erleert haben, schon immer Tiere getötet haben. Wir haben vieles schon für immer gemacht, oder? Was wir heute als unethisch ansehen. Oder würdest du sagen, dass die Menschheit in den letzten 10.000 Jahren nur Dinge immer schon gemacht hat, die in Ordnung waren und dass wir niemals an einem Punkt gesagt haben, hey, was wir schon immer getan haben, ist doch unethisch und wir ändern es? Natürlich nicht, aber letztendlich, Thematik Wolf. Der Wolf ist ja so gesehen auch unethisch, der fragt das Schaf oder ähnliches vorher auch nicht. Darf ich dich jetzt bitte töten? Der Mensch unterscheidet sich ja von nichtmenschlichen Tieren, weil er über eine Moral und Ethik verfügt und sich seines Verstandes bedienen kann. Und das ist das, wo wir sagen, wir sind quasi besser als Tiere, weil wir stellen uns ja an die Spitze der Nahrungskette. Ich finde es teilweise schwierig, wenn mir jemand sagt, ich esse zum Beispiel gerne alle zwei Wochen ein Stück Fleisch aus guter Haltungsform und finde es schwierig, wenn mir jemand sagt, hey, das, was du machst, ist ganz, ganz schlecht. Ich glaube nicht, dass wir etwas in der Gesellschaft bewegen, wenn man mit einem erhobenen Zeigefinger kommt. Und ich glaube, das geht nur, wenn man den Leuten Alternativen aufzeigt und das nicht verteufelt, was die sagen. Klar, das Thema, hey, wir haben schon immer Tiere getötet und dass es nicht unbedingt gut ist, ist auch ein anderes Thema. Aber das ist Kultur. Das ist ein Stück weit Kultur, dass wir Tiere essen. Und das werden wir auch nicht easy und ganz schnell wieder rauskriegen. Da können wir gleich weiter drüber diskutieren. Ja, bitte. Wir haben noch genug Zeit dafür. Ich möchte gerne die nächste Runde eröffnen. Und da ist auch Zeit für eure persönlichen Erfahrungen. Die siebte Frage geht an dich, Johanna. Deine Schweine, die haben 30 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Also ein Quadratmeter pro Schwein statt 0,75 Quadratmeter pro Schwein. Denn dir ist es also schon noch wichtig, dass es deinen Tieren gut geht. Würdest du denn sagen, dass du sie artgerecht hältst? Auf jeden Fall. Also ich stehe voll hinter dem, was wir auf dem Betrieb tun. Sonst würde ich es so nicht machen, würde ich nicht dahinter stehen. Artgerecht finde ich tatsächlich immer schwierig. Ich bin der Meinung, auch die Katze in einer Einraumwohnung wird nicht artgerecht gehalten. Artgerecht wäre tatsächlich, wir machen den Stall komplett auf, bauen auch keinen Zaun, sondern lassen sie wie die Wildschweine draußen rumrennen. Funktioniert aber nicht so ganz. Vor allem auch nicht bei den grob 3.500 Schweinen, die wir am Tag brauchen in Berlin. Also nicht brauchen, aber aktuell konsumiert werden in Berlin. Das funktioniert nicht. Dementsprechend brauchen wir irgendwo Ställe. Und da finde ich unseren schon wirklich sehr, sehr schön. Es ist nicht nur der Platz, der mehr ist. Wir haben mehr Licht im Stall. Wir haben Beschäftigungsmaterial, Stroh, Minimaleinstreu. Und ich stehe da voll dahinter. Auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu? Bewegt euch das einen Schritt nach vorne? Auf gar keinen Fall. Also du hast es ja gesagt, die Tür aufmachen und dann in Freiheit. Und die Tiere werden ja auch dafür gezüchtet, damit man sie dann eben über einen kurzen Zeitraum einsperrt, eingesperrt hält, mästet und dann eben für den Verzehr schlachtet. Ich habe das Gefühl, wir haben vergessen, was töten bedeutet. Also ich habe manchmal so ein riesen Fragezeichen beim Kopf und... Korrekt. Achso, du ehrlich? Ja, da wurde sich bewegt. Warum? Weil das definitiv der Fall ist. Also ich würde mal behaupten, dass 90 Prozent der deutschen Einwohner überhaupt keine Vorstellung davon hat, wie ein Tier lebt, gehalten wird, transportiert und geschlachtet wird. Und da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich brauche dafür nur in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rumgucken. Für die ist halt ein Schnitzel oder eine Hühnerbrust aus dem Supermarkt nehmen. Das gleiche, als ob sie einen Joghurt nehmen oder einen Müsli-Riegel oder sonst irgendetwas. Da ist kein großer Unterschied und die wissen auch nicht, was dahinter steht. Und dass wir so weit weggekommen sind von der Tötung oder nicht von der Tötung, von dem Wissen, was eine Tötung heißt und was es vor allem bedeutet, wenn wir jetzt auch dieses Putensteak kaufen und nach einer Woche Müll schmeißen, weil es halt abgelaufen ist, schade drum. Das ist, finde ich, sehr erschreckend, ehrlich gesagt, dass das in Deutschland so passiert ist und sehe da auch einen großen Fehler irgendwie im Bildungssystem bei uns. Johanna, du nickst auch und bist auch einen Schritt nach vorne gegangen? Ich sehe es genauso. Also wir müssen definitiv, gerade wenn es um Fleisch geht, wieder bewusster essen und uns klar machen, dass natürlich für dieses Stück Fleisch ein Tier gestorben ist. Und das finde auch ich sehr, sehr wichtig. Sagt es auch Leuten immer wieder gerne, kommt, guckt euch unseren Stall auch an. Wenn wir für uns zu Hause schlachten, guckt euch das meinetwegen auch mit an. Alles kein Problem, weil es wirklich wieder bewusster werden muss. Also gehe ich voll mit, klar. Ergänzend vielleicht auch noch wichtig. Die Punkte natürlich geht es ja darum, dass wir einen Dialog führen und auch eine Lösung finden. Aber ihr habt es ja auch gerade angesprochen, jeder muss für sich selbst entscheiden, was er oder sie für richtig hält. Das ist ja eigentlich nicht die Basis von Moral, sondern man versucht, gegensätzliche Meinungen so weit zum Konsens zu führen, dass man sagt, hey, was wäre denn für mich persönlich gut? Was sind die goldenen Regeln der Ethik? Und wenn ich nicht möchte, dass mir etwas angetan wird, kann man überlegen, warum tue ich das dann einem anderen Lebewesen an? Und wenn man sagt, hey, kann ich das für mich rechtfertigen, Fleisch zu essen und damit Tiere zu töten oder nicht, ist ja die Frage eigentlich nicht, ob ich es kann oder ob er es kann oder sie, sondern was es mit dem Opfer macht. Über das sollte man ja eigentlich sprechen, weil dieses Opfer ist ja der Leidtragende. Wir sind ja in der privilegierten Situation, dass wir darüber sprechen, ohne überhaupt davon betroffen zu sein. Deswegen finde ich es einfach wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, was das mit dem Opfer macht. Also du hast quasi eine Mitentscheidung getroffen und die ist ja das Problem. Mir ist eigentlich total egal, ob jemand gerne Chips in sich reinstofft und Eis zum Frühstück isst. Darum geht es gar nicht. Das ist wirklich eine persönliche Entscheidung. Aber sobald andere mit involviert sind, da ist eben der Punkt, wo ich sage, okay, da schalte ich mich ein, weil das ist mein Thema. Mir geht es ums Schwein, nicht um den Mensch. Vielleicht kann man aber eine bessere Entscheidung treffen, indem man vielleicht mehr für das Stück Fleisch zahlt oder weniger isst. Klar, besser ist es auf jeden Fall. Ansonsten würden wir vielleicht bei Johanna nicht über den halben Quadratmeter sprechen, sondern über drei Quadratmeter. Kommt da nicht auch als Frage dazu, wer kann sich ein teures Stück Biofleisch überhaupt noch leisten? Fleisch sollte kein Billigprodukt sein. Muss es dann auf jeden Tag gekauft werden? Ich finde das ist doch etwas, worauf man sich einigen kann. Fleisch sollte kein Billigprodukt sein. Komm Freunde. Absolut. So bewegen uns. Sehr gut. Komm Freunde. Mein eigenes Team lassen wir jetzt nicht im Stich. Aljoscha, ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Du betreibst zusammen mit einem Freund einen YouTube-Kanal, der heißt Vegan ist Ungesund. Und euch ist es wichtig, über Veganismus aufzuklären, über Klischees zu sprechen und auch andere Leute natürlich dafür zu begeistern und zu überzeugen. Ihr seid für diesen YouTube-Kanal sogar mal in einen Schweinestall eingebrochen. Was kommt dir denn da als erstes in den Kopf, wenn du an diesen Tag denkst? Also ich weiß, dass ich bis zu dem Punkt, als ich vor dem Schweinestall stand, sehr aufgeregt war, weil ich nicht wusste, was mit mir passiert. Also ich habe irgendwie gedacht, mal gucken, was das mit mir macht. Und dann, als ich die Ferkel gehört habe, muss ich sagen, habe ich echt ein Kloß im Hals gehabt. Und das Erste, was ich weiß, als ich reingegangen bin, ist, dass tatsächlich ein totes Ferkel auf dem Boden lag, in der Mülltonne neben dem Eingang. Und der gestank. Also es war einfach so ein unfassbar beißender Geruch von Ammoniak in der Luft. Und ich habe einfach mich ein bisschen machtlos gefühlt. Und ich habe einfach diese Tiere gesehen. Und wie gesagt, ich habe einen Hund zu Hause und ich habe überall meinen Hund gesehen, weil das alles noch Babys waren. Und darüber stand ein Schild, wie viele tot sind und wie viele noch leben. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, also ich habe tatsächlich immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, das zu verarbeiten. Ich merke auch, dass ich das oft verdränge im Alltag, weil letztlich, ich kann in der Situation nichts ändern und damit muss ich leben. Alles, was ich machen kann, ist, so gut es geht, darüber zu sprechen, aufzuklären. Und am Ende des Tages geht jeder Mensch nach Hause und entscheidet sich, was er sich auf den Teller packt oder nicht. Johanna, was denkst du denn dazu? Also wir selber halten keine Sauen. Wir haben Masttiere bei uns im Stall. Aber allein schon diese Stalleinbrüche finde ich einfach unter aller Sau. Denn letztendlich ist es ein Hausfriedensbruch, was so nicht funktioniert. Ich bin der Meinung, ich kenne viele Landwirte, wir selber machen es genauso. Einfach mal durchrufen, eine E-Mail schreiben, WhatsApp, was weiß ich. Hey, ich bin's, kann ich mir mal euren Stall angucken. Überhaupt kein Problem, aber diese Stalleinbrüche gehen für mich einfach gar nicht. Also letztendlich kannst du in jedem Stall Horroraufnahmen machen. Die kannst du auch bei uns im Stall machen. Unsere Buchten beispielsweise sind wie ein U aufgebaut. Da stelle ich mich nachts rein, klatsch in die Hände, die laufen alle in eine Ecke. Da mache ich ein Foto und habe Massentierhaltung und Tiere dich gedrängt. Dass eigentlich der doppelte Platz da ist, sagt mir keiner. Genau das ist auch das Problem bei den ganzen Dokumentationen. Horroraufnahmen kann ich überall machen. Ja, das stimmt aber nicht. Ich habe sowas auch schon gemacht. Nee, das stimmt nicht. Und ich war auch schon mal in einem Betrieb, Kaninchenmastbetrieb. Nachts oder offiziell? Nachts, nicht offiziell. Ja, wir haben da tote Tiere gesehen. Wir haben da Tiere mitgenommen, die nicht mal an die Nippel trinken kamen, weil sie gebrochene Beine hatten. Und da kann mir auch, da geht doch auch keiner durch. Da liegen teilweise Tiere. Es gibt Aufnahmen. Und der Skandal an der Sache ist ja eigentlich auch, dass solche Aufnahmen nur über Tierschützerinnen überhaupt in die Medien kommen. Und die Aufnahmen gibt es ja, dass da tote Tiere wochenlang zwischen Lebenden liegen. Das legt ja keiner dahin. Aufnahmen, wo tote Tiere mit in die Betriebe genommen werden. Es mag sein, wir haben definitiv Betriebe, in denen haut es nicht hin. Da gebe ich euch vollkommen recht. Aber andere Betriebe schlecht zu machen, die ordentlich arbeiten, weil tote Tiere mit in die Ställe genommen werden, um entsprechende Bilder zu machen. Hast du dafür beweisst? Erstmal möchte ich ganz kurz sagen, dass bei uns, also zwei Sachen. Erstens, bei uns im Stall wurden über zwei Wochen Aufnahmen gemacht, mit versteckter Kamera. Und es wurden unfassbar brutale Zustände aufgedeckt, die nie aufgedeckt worden wären, wenn wir nicht da gewesen wären. Zweitens, wir waren bei Stern TV, da war eine Expertin, die nicht vegan lebt, die nichts mit uns zu tun hat, die bestätigt hat, dass das normal ist. Stern TV ist auch der Sender, ja. Es gab eine Landwirtin, jetzt gerade erst vor kurzem, hat Stern TV mit in den Stall genommen, wollte mal zeigen, wie es wirklich aussieht. Und zack, wurde der Spieß wieder umgedreht und es wurde ins Negative gezogen. Ja, das liegt aber auch einfach daran, dass fühlende Lebewesen sind, die da nicht sein möchten. Die Menschen ertragen die Bilder nicht, weil sie brutal sind, aber weil wir sie einfach nicht sehen. Egal, ob die Tiere ein bisschen mehr Platz haben. Das Letzte, was ich noch dazu sagen wollte, war, ich kann dir sagen, wenn ich auf diese Situation hätte verzichten können, diese posttraumatische Belastungsstörung, hätte ich das sehr gerne getan. Glaub mir. Warum hast du es nicht? Wann bist du nachts in den Stall eingebrochen? Weil ich der Überzeugung, weil wenn die Tiere selber ein Mikrofon hätten und einen YouTube-Kanal hätten, in dem sie darüber reden könnten, wie scheiße es ihnen geht, hätte ich ihnen gerne die Plattform gegeben. Aber das ist ein bisschen so, weißt du, wenn das ein Haus, und das ist das Ding, was ich nicht verstehe, wenn das voller Hunde gewesen wäre, die Leute wären auf die Straße gegangen. Also ganz ehrlich, guck dir mal manche Hunde an, es gibt Leute, die halt einen Husky in der Einraumwohnung. Aber das macht das andere nicht besser. Das hat ja damit nichts zu tun. Also da gibt es genauso schwarze Schafe. Ja, aber das ist ja Wort about autism. Wir sprechen ja jetzt gerade über Schweine und wir sprechen über Massentierhaltung und wir sprechen nicht über einzelne Betriebe. Ja, das Problem ist für euch gerade halt auch, du fühlst dich natürlich extrem angegriffen, zu Recht, denke ich mal, weil es bei euch eben nicht so läuft. Und ich weiß nicht, wie seid ihr denn zum Beispiel auf den... Ich habe ja nur berichtet, also ich habe ja noch nicht mal mit dir gesprochen, und ich habe nur berichtet, was ich da gesehen habe. Es geht mir auch nur um den... Ja, aber ihr verallgemeinert, aber auch, also ihr sagt halt auch, das ist halt Standard, das ist normal und so weiter. Das hat keiner gesagt, oder? Also das ist natürlich standardisiert. Massentierhaltung ist standardisiert. Das ist ja auch so. Könnt ihr denn verstehen, dass sie sich davon angegriffen fühlt, von dieser Formulierung, dass es standardisiert ist, weil sie sich Mühe gibt, dass es bei ihr anders ist? Ich kann das verstehen auch, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, weil das ist dein Daily Business. Und vielleicht magst du die Schweine auch, trotzdem gehen die am Ende auf die Schlachtbank. Und das finde ich zum Beispiel moralisch verwerflich. Aber ist es dann nicht auch genauso verwerflich, dass der Konsument hingeht im Supermarkt und genau für diese Haltungsform bezahlt? Natürlich, auch das. Also es gibt, das hat mehrere Seiten. Wir haben ja jetzt über die eine gesprochen. Es ist super, also ich finde das einen super wichtigen Punkt. Also ich, wie gesagt, mir geht es auch nicht darum, irgendjemandem... Also wir haben auch, als wir da waren, wir haben ja noch nicht mal den Stahl angezeigt, weil ich von vornherein gesagt habe, ich möchte niemanden anzeigen. Mir geht es nicht darum, ein Beispiel zu zeigen und zu sagen, der ist aber scheiße, der ist doof, sondern mir geht es darum zu sagen, wenn wir als KonsumentInnen das nicht kaufen, dann gibt es das auch nicht. So, das heißt, wir sind auf jeden Fall mit in der größten Verantwortung. Du machst deinen Job, du machst das, was du vielleicht gelernt hast. Du bist so aufgewachsen, du bist so sozialisiert, das sind wir auch worden. Ich meine, ich bin in einer anderen Position. Ich bin halt, wenn ich unter anderen Umständen aufgewachsen, wenn meine Eltern vielleicht Landwirte beide wären, dann wäre ich vielleicht auch da jetzt. Weiß ich nicht. Ich bin es aber nicht. Insofern, natürlich kann ich verstehen, dass du dich verärgert fühlst. Ich verstehe, dass man sich angegriffen fühlt. Es war auch keine persönliche Attacke an dich. Ich weiß nicht, alles gut. Es geht mir auch nicht um dich persönlich, sondern um den Fakt. Kannst du denn trotzdem verstehen, dass es offensichtlich viele Ställe gibt, bei denen es so läuft, wie es bei denen läuft, womit ich nicht sagen will, dass es bei dir auch so ist? Natürlich ist es ein Problem, dass wir diese schwarzen Schafe haben. Das ist gar keine Frage. Es ist jetzt aber gerade für mich kein Grund, einen Schritt nach vorne zu gehen. Wir müssen Missstände aufdecken. Aber letztendlich ist das der Job von Veterinärämtern. Die Art und Weise, nachts in den Stall zu gehen, funktioniert schon einfach. Würde mich tatsächlich interessieren, was ihr dazu denkt. Findet ihr, dass so Stalleinbrüche zum allgemeinen Abschrecken okay sind? Alina, du bist Jägerin und du isst vor allem das Fleisch, was du auch selbst geschossen hast und trotzdem liebst du Tiere, du hast mehrere Hunde. Wo ist denn da der Unterschied zwischen deinen Hunden und den Rehen, die du schießt? Ich selber war auch vier Jahre Vegetarierin und das aus Gründen, eben der Haltungsform. Hab aber irgendwann so nach vier Jahren irgendwie gemerkt mir, dass mir das Fleisch einfach fehlt. Vom Geschmack, vom einfachen, also ich wollte es wieder in meinem Leben haben und hab mir dann gedacht, wie mach ich das am besten, sodass es für mich, wo wir das schöne Wort haben, moralisch am vertretbarsten ist. Also grundsätzlich denke ich immer, es gibt die Entscheidung, esse ich Fleisch? Ja oder nein? Dann ist die nächste, dann ist bewusst, dass für meinen Fleischkonsum ein Tier sterben muss und dann beschäftige ich mich damit, wie muss das sterben? Und für mich ist auf die Jagd gehen die vertretbarste Lösung, sage ich mal. Weil ich setze kein Zaun, ich schreibe niemandem was vor, ich gebe keine Medikamente, ich bin eigentlich, sag mal, Zaungast des Lebens. Okay, was sagt ihr dazu? Kommt ihr einen Schritt auf Alena zu? Also prinzipiell kann ich das schon verstehen und ich muss ganz ehrlich sagen, wer Fleisch isst, muss in meiner Wahrnehmung das Tier auch zerlegen, töten und zerlegen können. Das können ja die wenigsten, weil die würden wahrscheinlich einfach am Nervenzusammenbruch zerbrechen beziehungsweise sie könnten es wahrscheinlich nicht mal töten. Und ich finde gerade das Thema Jagd ist auch sehr komplex. Also ich glaube auch nicht, dass wir das jetzt bis zum Ende durchspielen, aber das klingt ja immer sehr kleinteilig und Jäger legen im Jahr auch fünf Millionen Tiere. Was mich aber interessieren würde, würdest du auch deine Hunde essen? Nee, meine Hunde würde ich nicht essen, aber ich würde auch nicht eine Kuh, die ich zu Hause halte oder eine Ziege, die ich zu Hause halte. Das sind für mich Haustiere, die ich bei mir habe und ein Wildtier ist für mich ein freilebendes Tier, zu dem ich keinerlei Beziehung habe, außer eben die, in dem Moment, wo ich sehe und entscheide, ob ich es eben schieße oder nicht. Aber ich habe halt keine persönliche Beziehung dazu und ich frage mich halt wirklich, wenn wir alle Alternativen haben, wir haben einfach eine so bunte pflanzliche Küche, wir haben inzwischen alle Alternativen, wenn wir es wollen. Wir müssen es nicht, wir können aber, wir können alles ersetzen, was vom Geschmack super nah an das Original rankommt. Die meisten Menschen sagen, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, aber sie haben es doch gar nicht ausprobiert. Apropos ausprobieren, ich habe meine Frage an euch alle jetzt. Würdet ihr Insekten essen? Wenn ja, dann kommt mal ein Schritt auf mich zu und wenn nein, dann geht ein Schritt zurück. Malo, dein Unternehmen Chihuahua verkauft vegane Fleischersatzprodukte, aber auch Produkte aus Insekten. Würdest du sagen, dass Burger-Patties aus Käfern und Würmern die Lösung der Zukunft sind? Es ist ein Teil der Lösung, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass die Zukunft durchaus hauptsächlich vegan aussehen wird, aber ich denke, das wird nicht für alle befriedigend sein und da müssen mehr Alternativen her und ich glaube, dass vielleicht Algen ein Thema sein wird, was interessant ist, aber auch Insekten, dass wir eine Vielfalt brauchen, weil nicht jeder ist mit Tofu, mit Soja-Alternativen, mit Erbsenproteinen zufrieden. Ich glaube, die meisten sind nicht zufrieden damit, weil sie es noch nicht ausprobiert haben. Und der Punkt, den wir versuchen zu machen, ist ja auch, es geht nicht um unsere Zufriedenheit beim Essen und die fünf Minuten, sondern es geht um das, was das für Konsequenzen für die Liebe gibt. Absolut. Da stimme ich 100 Prozent mit dazu. Ich kann es schon mal direkt in die Mitte. Vollkommen richtig. Ich denke, wir haben ein Riesen-Klimaproblem, wo wir das ganze Thema, wir haben das Thema Tierwohl einmal beleuchtet, aber wir haben auch ein Riesen-Issue. Die Massentierhaltung sorgt einfach dafür, dass wir den Planeten nicht länger mehr lieben können, wenn wir so weitermachen. Mal ganz kurz zum allgemeinen Verständnis. Ich habe vorhin schon mal gefragt, das ist ein bisschen untergegangen. Was ist denn Massentierhaltung? Ist es Massentierhaltung, wenn ich 10 Schweine habe, wenn ich 100 Schweine habe oder wenn ich 10.000 Schweine habe? Wo geht Massentierhaltung los? Das ist die Frage, die sich mir immer wieder stellt. Warum ist das eine wichtige Frage? Also natürlich, je mehr Tiere auf engstem Raum gehalten werden, desto schlimmer sind im Durchschnitt zumindest sowohl die Haltungsbedingungen als auch die Klimafolgen. Aber ob das jetzt so und so viele Betriebe gibt oder nicht, ist relativ irrelevant. Aber wir wissen, dass die Summe kumulativ der Massentierhaltung der größte Flächenverbraucher, Wasserverbraucher ist, der größte Regenwaldabholzer, der größte Verbraucher von Antibiotikern. Und wir sehen Pandemien, wir leben in einer, die jetzt aus dem Wildtiermarkt kommt. Aber wenn wir uns weiter angucken und auch Experten und Virologen fragen, dann stehen kommende Pandemien unter anderem aufgrund der industriellen Massentierhaltung bevor. Und das ist alles, wo es dann plötzlich nicht mehr um das Individuum geht und meine persönliche Entscheidung, sondern kumulativ um die Weltgesundheit. Das ist ganz interessant. Also Massentierhaltung bei Insekten ist ein anderes Thema als bei anderen Tieren. Insekten sind Kaltblüter und die wollen ganz gerne nah beieinander wohnen. Und dementsprechend sind die prädestiniert dafür, um sie in Massentierhaltung halten zu können. Und von daher bieten die unglaublich großes Potenzial, die im Vertical Farming-Bereich zu halten. Ich bin nur immer wieder verwundert, Leute haben im Grunde genommen oft einen Ekel gegenüber Insekten, aber bevor sie anfangen, eine pflanzliche Alternative zu nehmen, reden sie dann über Insektenburger und finden das viel appetitlicher und sagen, nee, so ein Pflanzenwürstel ist voll eklig. Das finde ich schwierig, aber ich denke, dass es auf jeden Fall weniger schlecht ist, als das, was wir in der industriellen Massentierhaltung machen. Ich denke, dass die Zukunft aber eher in der zellbasierten Landwirtschaft liegt, wo wir den Umweg über die Kuh und das Schwein und das Insekt weglassen und sagen, wir züchten einfach eine Zelle und machen daraus Fleisch, dann haben wir die allermeisten Probleme gar nicht mehr. Nico, nächste Frage an dich. Als Ernährungswissenschaftler beschäftigst du dich mit Fleischalternativen, die noch in der Entwicklung sind. Würdest du sagen, dass Clean Meat, also das Fleisch aus dem Reagenzglas, dass das die zukünftige Lösung sein wird? Ja, also ich denke, und da werden wir wahrscheinlich alle einig sein, die Menschheit wird nicht in absichtbarer Zeit aufhören, Fleisch zu essen. Ich denke aber, dass es in ein paar Jahrzehnten Vergangenheit sein wird, dass der Großteil der Menschheit Fleisch aus einem Tier ist, sondern man wird diesen extravaganten Umweg über das Tier ganz einfach weglassen und die Zelle kultivieren und somit einen großen Teil, fast alle werden einig sein, und somit einen großen Teil an Treibhausgasemissionen und Wasserverbrauch und Landverbrauch sparen. Und so können wir nicht nur klimafreundlichere, sondern halt auch gesundheitsförderliche Produkte kreieren und das gleiche Geschmackserlebnis haben. Es wird mit Sicherheit trotzdem noch Tierhaltung geben, im kleinen Maß, aber das große Problem der Massentierhaltung, die eine der größten Probleme unserer Gesellschaft sind, die gehören zukünftig an der Vergangenheit an. Was sagt ihr dazu? Bewegt euch, das hat dich ja jetzt wieder einen Schritt nach hinten bewegt. Ach, da bin ich Freunde. Ja, voll. Ich stimme dir zum Teil zu. Ich glaube, dass In-Vitro-Fleisch, was du gerade angesprochen hast, sprich das Fleisch aus dem Reagenzglas, nicht unsere Zukunft sein wird. Ich glaube aber, dass Fleisch ganz klar in den Hintergrund rücken wird und dass wir vielleicht eine Verteilung von 90 Prozent vegane Produkte zehn Prozent Fleischprodukte haben werden. Da glaube ich schon dran. Was die Welt schon sehr gut. Aber dann seid ihr euch ja auch zumindest schon mal an dem Punkt einer Meinung, dass man Alternativen suchen soll. Deswegen Zeit für die letzte Runde. Elfte Frage. Sollten wir die Mehrwertsteuer von Fleisch von sieben Prozent auf neunzehn Prozent erhöhen und die zusätzlichen Einnahmen in die Verbesserung des Tierwohls stecken? Wenn ihr mir zustimmt, dann kommt ihr jetzt einen Schritt auf mich zu. Was wäre die Alternative? Wie, was wäre die Alternative? Also das wäre ja ein... Sollten wir das? Stimmt ihr zu? Dann kommt ein Schritt auf. Das wäre ein Lösungsvorstand. Ja, wenn... Ja, schwierig. Das Problem, was wir da haben, ist ja fehlende Transparenz. Weil wenn die sagen, okay, pass auf, wir nehmen das Mehrgeld und investieren das in bessere Tierwohl, dann was das beim Konsument oder KonsumentInnen macht, ist ja letztlich, ah, okay, ich kann jetzt Fleisch mit gutem Gewissen kaufen. Super. Also wenn es teurer... Ja, okay, es soll teurer werden. Teurer werden? So jetzt Kinder. Johanna sagt nein und bleibt stehen. Es sollte, klar, keine Frage, müsste mehr beim Landwirt ankommen, bin ich der Meinung. Gar nicht, damit der Landwirt jetzt öfter in Urlaub fahren kann oder sich einen dicken Audi kauft, sondern um es dann in die Tierhaltung zu stecken, gar keine Frage. Mit einer Steuer finde ich das schwierig. Da bin ich sehr skeptisch, dass es funktioniert. Warum? Und warum? Weil du das so zweckgebunden nicht verteilt bekommst, bin ich der Meinung. Und einfach nur jetzt pauschal zu sagen, Fleisch muss teurer werden, finde ich auch komplett falsch, denn letztendlich hängt da immer wieder der Lebensmitteleinzelhandel drin und und und, wo das meiste Geld zumindest heute hängen bleibt. Zwölfte Frage. In allen öffentlichen Kantinen, also Schule, Universitäten, Unternehmen und so weiter, sollten in Zukunft mindestens ein Drittel vegane Gerichte und ein Drittel vegetarische Gerichte angeboten werden. Ach so, laber. Nein? Als Altener-Titel-Gerichte oder nur? Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel. Ein Drittel vegan, ein Drittel vegetarisch und ein Drittel Fleisch. Jeden Tag. Es sind immer noch zwei Drittel Fleisch. Kommen wir zum letzten Lösungsvorschlag. 13. Frage von 13 Fragen. Deutschland sollte deutlich mehr Geld in die Forschung von Clean Meat investieren. Wenn wir in Zukunft Fleisch essen wollen, dann sollte dafür kein Tier mehr getötet werden müssen. Stimmt ihr zu? Hier bleibt stehen. Bist du schon drin? Was ist das? Komm, bist du hier? Ja, oder? Weiß ich nicht. Aber ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Fleisch aus dem Reagenzglas habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt und möchte deswegen auch jetzt wieder einen Schritt vor und noch zurückgehen. Johanna, du sagst nein. Richtig. Okay, dann konnten wir dich leider als Einzige, das zähle ich jetzt einfach mal zumindest als ein Halbes hier im Kompromiss drin, mit reinbewegen, aber du bist ja trotzdem sehr nah auf die andere Seite zugekommen. Ihr seid euch grundsätzlich sehr nah gekommen, ihr seid euch sehr nah gekommen, das finde ich schön. Danke auf jeden Fall für eure Zeit und fürs hitzige Diskutieren. Also ich fand es einfach sehr, sehr schön, dass wir tatsächlich wieder ein Stück weit auch zusammengekommen sind, nicht ganz, aber fast. Und allgemein finde ich es einfach schlimm, diese Pauschalierung, dass wirklich dann alle Betriebe da irgendwo über einen Kamm geschert werden, das funktioniert einfach nicht. Es geht mir darum, klarzustellen, ich verstehe bis heute nicht und ich werde es nie verstehen, wenn wir eine Option haben, in der wir ein Tier nicht töten müssen, warum sollen wir diese nicht wählen? Interessant fand ihr auch den Verlauf der ganzen Spielrunde, dass ja Malo und ab einem gewissen Punkt auch Alena, die ja auf der Gegenseite unter Anführungszeichen standen, dann auch relativ schnell auf unserer Seite war, gerade auch Malo. Das, wie gesagt, es geht ja hier nicht um diese Seite gegen diese Seite, sondern es geht darum, mit unterschiedlichen Standpunkten und Sichtweisen gemeinsame Lösungswege zu finden. Ich werde weiterhin Fleischalternativen essen, aber natürlich auch ein Teil Fleisch essen und somit zu den Flexitariern gehören. Ich denke, das ist der Weg, den auch viele andere Deutsche gehen sollten und der sicherstellt, dass wir eine gesunde und gute Zukunft haben. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert, das könnt ihr hier machen. Hier oben findet ihr eine weitere Folge 13 Fragen. Sehr spannend zum Thema Gendern, ja oder nein? Und hier unten ein weiteres Video zum aktuellen Thema. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.